Heute reden wir mal über Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ich habe mir den lang spart, ich habe ihn im Kino erst gar nicht angeschaut, weil ich habe das Schlimmste befürchtet. Und jetzt werde ich euch heute mal erzählen, warum ich den Film zwar für erträglich halte, also man kann ihn daheim schon ganz gut gucken, warum ich aber denke, dass er das Erbe mit Füßen tritt und ein ganz schlechter Abschluss für Harrison Ford in dieser Rolle ist, wie er leider eigentlich alle seine Rollen gerade schlecht abschließt. Fangen wir mal von vorne an. Was passiert eigentlich? Also erstmal müssen wir natürlich vor jedem Film und vor jeder Zerstörung einen Schluck aus der gelben Tasse nehmen, weil ihr wisst ja, alles schmeckt besser aus der gelben Tasse. Sehr lecker. Der Filmlook. Das Ganze sieht etwas märchenhaft aus. Und das fand ich gar nicht mal so schlimm, weil sie schaffen das in den statischen Szenen, dass man zwar nie denkt, es wäre wirklich realistisch, also habe ich jetzt auch nicht geglaubt, aber es passt. Also die Optik ist durchgehend gleich. Es gibt Ausnahmen und da kommen wir jetzt gleich dazu. Fangen wir mal an, wie der ganze Film anfängt. Ich habe die Anfangsszene mit Indy aus dem Sack betitelt, weil wir sehen irgendjemand, der von den Nazis gefangen genommen wurde, mit Sack über dem Kopf und der irgendeinen auf den Stuhl schmissen wird. Und klar, das ist Indy. Und wir gucken natürlich alle drauf, ist die Verjüngung geglückt? Und ich muss sagen, ja, also ich fand das jetzt gar nicht wirklich schlecht gemacht. Was mich dann, und jetzt kommen wir schon zum Inhalt, etwas gestört hat, ja, die Nazis fragen dann, bist du allein, was bist du für ein Spion, du Depp und so weiter. Und er sagt, oh, natürlich bin ich allein, das ist doch ganz klar, ich bin ja der Indy. Und dann sagen die sich, haha, okay, nimmst den mal mit, wir müssen jetzt eh weg, weil wir unser ganzes Gelumpe, was wir da jetzt so gefunden haben, da abtransportieren müssen. Und dann kommen sie auf die beste Idee, ihn irgendwo weiter oben in irgendeinem, was ist das für ein Gebäude, keine Ahnung, Türmchen oder wie auch immer, mit ein paar anderen Nazis an Galgen zu hängen. Die fragen ihn dann, sag doch mal, erzähl uns mal dein Leben, weil sonst stirbst du. Und er sagt, haha, klar, und dann fängt er quasi beim Leben das Universum und dem ganzen Rest an. Nazis sind ziemlich sauer und stoßen ihn dann vom Stuhl, dass er dann so, ja, leichte Atemprobleme kriegt. Aber er schafft es fast nur rechtzeitig, sich vorher seine Fesseln durchzuschneiden und hängt dann so, also ein bisschen, ja, unhappy dann da rum. Und dann passiert natürlich, wir kennen alle diese Situation, was dann immer passiert, aufgrund eines Luftangriffs fällt eine Bombe in die Mitte dieses Turms, die ganzen Nazis drumherum, aber die Bombe geht nicht hoch. Wäre blöd, weil dann wären sie alle tot und alle gucken ein bisschen blöd. Die Bombe fällt etwas, die bricht durch das Stockwerk durch. Ja, die haben sich wahrscheinlich alle dann die Bauvorschriften gehalten, also der Boden hat es nicht ausgehalten. Und irgendwo da unten explodiert sie dann, die ganzen Nazis sterben. Indy hängt da immer noch rum, kann sich aber beinahe retten. Und ja, dann haben wir dieses übliche Höllen-Szenario, wo ehrlich gesagt ich es nicht mehr spannend fand, weil dann passiert natürlich alles Mögliche. Er rettet sich beinahe, dann wird er nicht. Dann schafft er es beinahe noch, sich das Seil vom Hals irgendwie runterzustreifen. Dann fliegt ihm beinahe noch der Balken oben aufs Hirn, aber er schafft. Und das ist für mich eine Szene, wo ich am liebsten spulen würde, weil erst mal sieht dieser Höllenschlund nicht realistisch aus. Entschuldigung, ja, ich weiß, Harrison Ford kann man da nicht runterwerfen. Das wäre zum Tom Cruise wahrscheinlich nicht passiert. Der hätte jetzt gesagt, Moment, baut hier mir diese Hölle richtig auf. Ich hänge mich da rein. Wir machen das 300 Mal, bis es passt. Aber über Tom Cruise reden wir ein anderes Mal. Also die Szene ist ein bisschen, hm, aber wurscht. Es schließen sich dann alle möglichen Action-Szenen an und da verliert der Film ganz, ganz arg. Also egal, ob Harrison zu Lande, zu Wasser und in der Luft könnte man fast sagen, wobei das mit der Luft, da macht er nicht so viel. Also zu Lande mit Auto, mit irgendeinem kleinen Mobil, mit Motorrad. Das ist aber eigentlich eher sie. Ich glaube, er sitzt selber nicht auf dem Motorrad. Hat es komisch entstottert. Ist aber eigentlich wurscht. Auf dem Zug. Also egal, welche Szenen man nimmt. Auf dem Pferd. Entschuldigung, wie konnte ich das Pferd vergessen? Es sieht furchtbar aus. Es ist klar, dass er sich da nicht arg weit bewegt hat. Und sie wollen halt unbedingt diese Dynamik der alten Filme revitalisieren. Funktioniert leider überhaupt nicht gut. Das Kernproblem, wenn wir mal auf die Handlungsebene reingehen, das war jetzt mehr so das Optische. Die Action, klar, die müssen sie machen. Sie hätten sie aber auch nicht so ausbreiten müssen. So spätestens bei der Unterwasserszene habe ich auch schon wieder geistig zum Spulen angefangen, weil ich habe mir gedacht, das ist jetzt James Bond. Früher war ja jeder James Bond, lebt ja davon. Es gibt eine Skiszene und eine Unterwasserszene, weil das schwierig zu machen war. Bei der Unterwasserszene, ja, das war so die Referenz an. Er mag ja keine Schlangen, aber da gibt es Aale und so weiter. Und wir haken doch alle schon ab. Naja, da sieht man ihn eh kaum. Könnt ihr mal weitermachen hier, weil spannend ist das nicht wirklich. Was mich dann handlungsmäßig, also auf der oberen Ebene, wieder ein bisschen nervt, das machen viele Filme gerade so. Deswegen möchte ich jetzt hier den nicht ausnehmen. Aber sie hätten sich ja da was Besseres einfallen lassen können. Diese Geschichte mit diesem Rad des Schicksals, mit dieser Archimedes Scheibe. Und sie erklären ja erst, das Ding, das ist so gefährlich. Das muss man in zwei Teile teilen und das am anderen Ende des Universums verstecken und was weiß ich. Und ich denke mir immer, wenn das Ding so gefährlich ist, warum nicht zehn Teile? Warum nicht so den Terminator 1 machen und pressen? Und was weiß ich, warum? Ach so, because then the movie can happen. Ich verstehe. Machen wir einen großen Sprung. Viele Action dazwischen. Wir kommen so in the final battle. Endlich mal wieder sind sie in irgendeinem Tempel. Sie haben alles, was sie brauchen. Die ganzen Teile von der Scheibe. Und sie merken schon, dass da irgendwas komisch ist, weil der Archimedes, der hat direkt eine Uhr. Die könnt ihr gar nicht haben, weil damals waren die Rolexe noch nicht so in. Es ist keine. Aber ist egal. Ich kann mir jetzt den Vergleich nicht verkneifen. Und dann passiert natürlich, was immer passiert. Dann kommen die bösen Nazis daher und es endet so, dass Indy angeschossen ist. Jetzt haben wir die Situation. Indy ist da jetzt angeschossen. Die Nazis wollen in die Richtung. Und seine, was ist das, Patentochter, die Phoebe Waller-Bridge, da muss ich immer nachgucken, an die die Helena spielt, spielt sie übrigens richtig gut. Also ich mag sie in dieser Rolle, aber ich brauche sie nicht in diesem Film. Blöd, blöder Vergleich. Also die will eigentlich wegrennen und dann, Mensch Indy, du bist angeschossen, doof. Und er sagt, ah, renn halt, geh weg. Und die Nazis sagen, das ist geschickt, den Indy, den nehmen wir gleich mit. Da habe ich eine Weile überlegt, wieso nehmen sie ihn eigentlich mit? Sie haben ihr Rat des Schicksals. Der Obernazityp sagt eigentlich, oder gibt klar zu verstehen, was er will. Er will natürlich deine Vergangenheit reißen, weil er hat die ganzen Fehler des Führers gefunden und bla und blub. Und er korrigiert das, so habe ich es verstanden. Na ja gut, so einen Geschichtsprofessor mitzunehmen, ist vielleicht nie schlecht. Das ist wie heißes Wasser, kann man immer brauchen. Sie packen den also ein, er ist angeschossen, aber anscheinend ist er gut transportfähig, da zweifelt auch keiner dran. Ah, okay. Sie haben natürlich ein Flugzeug im Standby. Sie müssen sich aber mit dem Boarding nicht lange aufhalten. Ah, gut. Jetzt schnappt sich die Helena den Knaben, den sie zwischendurch aufgelesen haben. Das ist also eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, den da in die Story reinzubringen. Und dann, ab dann verließen sie mich. Weil sie sagt noch zu ihm, du kannst doch das Flugzeug da fliegen, er drückst ein bisschen rum und sie sagt, du kannst das fliegen. Passt, du flieg. Und dann frage ich mich, Moment, weil das, was als nächstes passiert ist, sie fährt weiter auf ihr Motorradl und fliegt dem Starten den Flugzeug hinterher. Jetzt habe ich die Szene zweimal angeschaut. Sie sagt, an keinem Punkt, kümmere dich nicht um mich oder irgend sowas. Ich werde schauen, dass ich da an Bord komme oder irgendetwas in der Art. Finde nicht statt. Er weiß automatisch anscheinend, dass er nicht auf sie warten muss. Und er bringt das Flugzeug zum Laufen. Passt schon. Da akzeptiere ich alles. Richtig hanebüchen wird es halt, als Helena dann anfängt. Da hat die irgendwie zu viel Airport-Filme oder wie auch immer. Oder vielleicht das A-Team zu viel gesehen. Durch die Schachte, wo die Räder drin sind. Durch diesen Schacht da reinzuklettern. Das geht ja noch. Das ist auch schon vorgekommen. Aber dadurch klettert sie ins Flugzeug rein, kommt in der Nähe von Indy raus. Okay, gut. Ist mir eigentlich auch wurscht, ob das jetzt theoretisch möglich wäre. Von mir aus. Meiner Tom Cruise, der wäre am Flugzeug entlang. Der hätte dann da die Tür aufgerissen und hätte die ganzen Nazis rausgeschmissen. Und das wäre auch die bessere Lösung gewesen. Warum muss sie da von innen rein? Weil wir noch ein paar Szenen brauchen, wo eben dann in der Vergangenheit, wo sich die Kerle, die bösen Nazis, die waren leider doof verrechnet haben wegen den Koordinaten. Anderes Koordinatensysteme kennen. Das kann ja alles mal passieren. Vielleicht auch metrische und imperiale Maße. Was war es denn nicht? Also die haben sich verrechnet, kommen in der falschen Vergangenheit raus. Kommen in der Zeit von dem Archimedes da an. Und natürlich mitten in der Schlacht. Und da landen dann immer irgendwelche Pfeile mitten im Flugzeug. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn wir denken, was die da damals für eine Flugabwehr hatten. In modernen Zeiten, da braucht man sehr, sehr viele Schüsse, um ein Flugzeug zu treffen. Aber gut, das sind langsame Flugzeuge und die fliegen tief. Also jedenfalls sind da alle möglichen Pfeile und bla und blub. Dann beschließen die Nazis dann, die armen Kerle da in dieser Zeit mit ihrem Maschinengewehr zu beschießen. Also es ist eine wahre Freude an Tricktechnik. Also nicht. Aber die Helena hat jetzt die Chance, dem Indy zu helfen und gleichzeitig die Nazis aus dem Flugzeug zu werfen. Klappt aber nicht so ganz. Und dann am Ende des Tages muss sie mit Indy zusammen sich ein Fallschirm teilen und aus dem Flugzeug springen. Während der Ander, der Knabe, sein Flugzeug ja gelandet kriegt und jetzt wird es Hanebüchen im Quadrat. Sie finden nämlich in diesen Frackteilen, wo die Nazis abgestürzt sind, natürlich die intakte Scheibe. Also die Garantiebedingungen müssen ja horrend von dem Ding gewesen sein, weil die kamen wirklich auf einem Stück raus. Nicht mal in zwei Teilen, die man da zusammenstecken muss. Es ist echt eine super Qualität damals gewesen. Der Indy sagt dann, ich bin zwar angeschossen, aber ich würde gerne in der Zeit bleiben, da taugt es mal gerade. Und sie sagt, du hast ja einen Knall. Ist ja gar nicht, du bist angeschossen, ich muss dich zurückbringen. Und er sagt dann nein und sie sagt dann doch und haut ihm eine runter, dass er K.O. geht und erwacht in der Gegenwart auf. Also in seiner Gegenwart. Dann kriegen sie wieder alles auf die Reihe mit seiner alten Frau, die wir in diesem Kristallschädelteil da am Ende gesehen haben und sie erklären noch, haben sie auch vorher schon erklärt, dass er wollte ja an seinen Sohn eigentlich weitergeben, aber der ist ja gestorben, damit wir diese Geschichte jetzt hier nicht weiter abhandeln müssen. Und wir sehen dann am Ende, dass sein Hut auf der Wäscheleine hängt und Helena rennt mit dem Knaben von Dannen. Was ist da so schlimm? Also erstens mal, rollen wir es mal vom Ende auf. Sie hat ihm die Entscheidung abgenommen und seine Entscheidung nicht akzeptiert in der Vergangenheit zu bleiben. Die Veränderung der Zeitlinie, wenn wir mit so einem Quatsch überhaupt anfangen, weil Zeitreisen brauchen wir gar nicht anfangen, über Logik zu diskutieren, die ist in dem Moment, wo die angefangen haben, auf irgendwelche Leute zu schießen oder hier Bruch zu landen, die ist sowieso im Eimer. Es ist natürlich eine Zeitschleife, weil der Archimedes ja erst von sich selber eigentlich die Scheibe kriegt und ihr versteht, was ich meine. Das geht immer im Kreis. Das ist eine Rekursion, die nicht aufzulösen. Es ist aber wurscht. Aber sie nimmt ihm per Gewalt die Entscheidung ab. Er, der eigentlich in den vorherigen Teilen zumindestens mal den Gewalt, der die Handlung bestimmt. Und man kann jemanden ja meiner Meinung nach auch intellektuell die Handlung bestimmen lassen, wenn er auch die Action-Szenen nicht mehr machen kann. Da hätte ich jetzt kein Thema. Aber hier hat sie eben aktiv die Entscheidung abgenommen. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Zu dieser Wir fahren dem Flugzeug hinterher und krabbeln rein Sache. Man kann ja immer viel motzen, aber ich hätte einen besseren Vorschlag gehabt. Man hätte auch kurz erwähnen können, dass sie gut in allem mögliche Zeug fliegen ist. Also im Prinzip der Murdoch vom A-Team. Und man hätte dann sagen können, sie hätte sagen können, ich setze mich in das Flugzeug und fliege hinterher. Und zu dem Knaben, du, schleif dich an Bord. Und der hätte durch seine kleinere Körpergröße, hätte man ja so auslegen können, sich an Bord an den Nazis vorbeischleichen können, wäre dann irgendwo in dem Kasten, wo er ihm die draufsetzt, dann herauskrabbelt, hätte ihm die Fesseln aufgemacht und ihm dann noch irgendwie, was weiß ich, eine Knarre gegeben. Und dann hätte der im Prinzip was Ähnliches machen können. Damit wäre auch diese Nummer mit zwei Hängen an einem Fallschirm glaubhafter gewesen, weil dann wäre halt der Knabe mit dem Harrison. Ja, da schön. Und er versteht, was ich meine. Ich fände es auch viel lustiger, wenn der, der Kleine die Nazis dann weggemetzelt hätte. Aber das wäre dann vielleicht ein bisschen mehr Tarantino gewesen. Das ist meine Meinung, warum ich mit dem Film nicht wirklich zurechtkam. Was ist eure Meinung? Tja, bis zum nächsten Film. Servus. Bis zum nächsten Mal.